Die Mama kam Anfang des Jahres aus dem Krankenhaus, war ziemlich desorientiert, konnte kaum richtig laufen. Wenn ich sie gesagt habe, komm doch mit raus, wir gehen mal ein Stück. Nee, ich möchte zu Hause bleiben. Durch das Projekt Caritas Kontaktmobil haben die uns eine Dame vermittelt, die meine Mutter einmal die Woche besucht. Ich habe heute die Frau Möhn mitgebracht. Sehr schön. Wunderbar, ich bin die Frau Kammer. Wir werden schon vertragen, glaube ich. Ich bekleide das Projekt jetzt seit einem Jahr und habe doch festgestellt, dass im ländlichen Bereich sehr viele Seniorinnen und Senioren immer mehr vereinsamen. Unser Projekt ist deswegen so wichtig, weil wir Angebote vor Ort im ländlichen Raum für die Seniorinnen und Senioren schaffen, die die Möglichkeit bieten, zum gemeinsamen Austausch, sich wieder zu treffen und am sozialen Leben wieder teilzunehmen. Herzlich Willkommen. Hallo, danke, dass die Mama da sein darf. Hallo, alles Gute. Kann ich auch was tun zu Hause. Richtig, genau. Wunderbar. Seitdem meine Mutter jetzt hier bei dem Projekt mitmacht, ist sie offener zu den Leuten, sie redet auch über andere Sachen, sie geht auch gerne raus. Sie hat jetzt angefangen, im Dorf zur Gymnastik zu gehen, also sich mit Leuten zu treffen, Kontakte zu knüpfen. Das hat sich also sehr, sehr zum Besseren entwickelt bei ihr. Und jetzt kommen wir zur Wochenziehung. Je 5000 Euro gehen an zwei Lose mit den Endziffern 06 94 400 sowie 11 51 806. Jeweils 10.000 Euro gewinnen zwei Lose mit den Endziffern 96 30 512 und 93 57 558. Und 100.000 Euro entfallen auf alle Lose mit den Endziffern 68 41 073. Gratulation und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Du bist ein Gewinn. Du bist ein Gewinn. Du bist ein Gewinn.